Hier ist der Ball, schau. Hier war der Ball. Achten, Pringung. Wir waren jetzt vorgesehen. Zuhause haben wir auch. Aber das ist eigentlich eher eine zum Zusammenbauen, wieder abzubauen. In letzter Zeit waren wir nicht mehr mit der Glockenbahn am Reisen. Aber das hatten wir auch schon. Jetzt sind die Meiden doch schon 10. Dann gehen sie eben viel lieber, z.B. hier im Probald auf die Rodelbahn. Und haben sie natürlich gerne lustig. Oder gehen Schlittschuhe fahren. Oder schwimmen natürlich. Und bei den Jungs sind es genau so in dem Alter, wo eigentlich alles Spass macht. Oder die ganze ... ... Krügelibahn-Geschichte. Ob es jetzt eben Schneemannbauen ist. Und eigentlich die simplen Sachen. Also von dem her gehen wir eigentlich dasselbe jetzt nochmal mit den Buben durch. Aber sie sind ganz anders als Meiden. Und darum ist das eigentlich sehr lustig, für mich zu sehen. Alle Leute, die ich da eigentlich über den Weg lief, die sind extrem freundlich und nett und zuvorkommend. Und wir können uns nicht mehr zu Hause fühlen, als was wir uns schon fühlen. Und von dem her bin ich sehr dankbar, dass es eigentlich unser Traum sozusagen wahr geworden ist. Dass wir einen Ort gefunden haben, der uns sehr ins Herz geschlossen hat. Und darum, wenn ich da etwas zurückgeben kann, ist das sicher auch sehr schön für uns. ... 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